Moment mal, da hinten ist etwas! Äh... Divilisation! Dreh dich mal um! Dreh dich mal um! Dreh dich mal um! Ich wollte da gerade Tüte zeigen und raute ihn hier raus! Nein! Naja, herzlich willkommen bei LPT-Defi! Mit der Chaos-Truppe Mona am Start! Hallo! Kokain am Start! Juhu! Und ich enthalte mich! Ich mag nicht mehr! Ähm... Du hast eine Schädelplatte hinten am Kopf! Ich glaube, das kommt von meiner Maske! Gucken wir uns mal das Ding da an! Das Ding! Gucken wir uns mal das Ding da an! Also hier war ich noch nie! Definitiv! Haben die schon angefangen, neue Sachen zu implementieren? Äh... Stimmt, ne? Garantiert! Oder es ist halt ein fortgeschritteneres Server! Keine Ahnung, ob die Server alle ab dem gleichen Stand sind! Ich weiß es nicht! Dass es schon spezielle Maps für spezielle Server gibt! Ich meine, hier ist eine Schule! Mhm! Und Garagen! Und ein Bahnhof! Das ist ein Busbahnhof, oder was? Guck mal, hier stehen lauter Busse! Ein Hoch auf unserem Busfahrer! No, ich hab's gewusst! Busfahrer, ein Hoch auf unserem Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer! Das werde ich jetzt den ganzen Abend nicht wieder los! Ist doch schön! Aber schön hier! Vor allem dieser Vorart hier! Zumindest Mülltonnen haben sie schon mal hingestellt! Das kommt mir bekannt vor! Diese Stelle hier! Aber hier verschlägt sich ja kein anderer Spieler raus, oder? Ich hab keine Ahnung! Ich glaub, diesen Spot kennen nur die wenigsten! Sieht ungelootet aus! Die meisten Leute hängen ja eh in Elektro rum und Tschernogorsk und die ganzen Airports! Und das war halt das Spiel! Wie liegt ne SKS? Schon wieder! Ich bleib bei meiner! In dem Raum ist nischt! Geil, wie realistisch die Gegend hier aussieht! Man könnte schwören, man ist in einem richtigen Dorf! Beziehungsweise... Na ja, ein Dorf ist es nicht! Zu dem Dorf gehören ja auch Häuser, wo Leute drin wohnen! Wenn ihr Schrot-Muni findet, mitnehmen! Brauch ich! Schrot-Befehl! Ist mir gerade so eingefallen, dass ich ja die Schrot-Flinte abgesägt habe! Ah, frische Hosen! Cool! Aber nicht mehr pristine, also bäh! Klebe-Band! Klebe-Band! So, hoch! Mal... Wo waren denn die Garagen? Zum Bahnhof! Reingucken, oder? Wer zur Hölle ist auf diesem Bild drauf? Vielleicht einer von den Entwicklern? Außerdem, wo siehst du hier ein Bild? Da! Achso! Ähm, Putin ist es nicht! Ne! Ich glaube, wegen dem ist die Welt den Bach untergegangen, oder? So wie der aussieht! Wie freundlich! Mhm! Ja, schau dir das doch mal an! Sieht aus wie so ein echter Gangster, die ganzen Narben da! Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall noch mal zu den Garagen. Und danach gehen wir mal vorsichtig auf die Baustelle. Ich mache die Baustelle jetzt schon. Ich mag Baustellen. Okay, machst du mit mir die Garagen? Ja, ich komme mit. Dann sparen wir ja busy Zeit. Wir müssen ja auch nicht immer rumtrödeln. Auch wenn die Welt wirklich so berauschend ist, dass man die sich stundenlang anschauen kann. Nehmen wir mal aus, das war den Haupteingang. Den habe ich noch nie genommen. Säge. Hm. Rottenäppel. Na dann. Ein Bayonett für eine SKS liegt hier. Das ist doch was für dich. Hast du ein Bayonett drauf? Nö. Ist sogar bestien. Hast du noch Platz? Dann nimm sie mit. Ich hab's mitgeholt. Alles klar. Sehr schön. Bleibt ja alles in der Familie. Hier ist noch ein SKS-Bajonett. Mitnehmen. Das ist badly damaged. Liegen lassen. Ach, von mir willst du es nicht, ja? Ja, badly damaged, hallo? Du hättest es ja aufheben können. Als Andenken. Bayonett in die Hand nehmen und andere Spieler mit bedrohen, oder? Kannst ja sagen, du hast ein Bayonett. Du, du fiesig. So eine alte, olle Axt. Ach Junge, das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer. Aus welchem Film war dieser Zitat? Dieses Zitat. Das Zitat. Oder doch der Zitat? Der zitierende. Ich trink mal ein Bierchen. Jawoll. Noch eine Firefighter-Axt. Mit roten Griff statt mit schwarzen. Aber Pernat auch einen roten. Lauter verrottetes Obst. Auf der Baustelle gibt es nichts. Hat sich nicht rentiert. Ah, Garagen ging. Komm mich mal wieder runter. Das ist merkwürdig. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich glaube, der Ort ist noch nicht mal auf der Karte eingezeichnet, oder? Meinst du, wir sind außerhalb der Karte? Glaube ich nicht. Nee, es gibt da noch Ortschaften, die... erst... ...dings da implementiert worden sind. Da war die Karte schon online. Und die wird da auch nicht ständig aktualisiert. Es sei denn, die haben die... ... ganzen Daten aus erster Hand. Also hier stehen überall schon so eine... ...Überspannungs-Mini-Leitung. Ihr seid bei den Garagen, oder? Ja. Okay, ich sehe euch. Gut. Wenn einer dieser Busse wenigstens funktionieren würde. Oder das Polizeiauto hier. Ist kein Polizeiauto, okay. Polizeiautos sind gelb-weiß. Bayonetta? 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 Kommt sofort. Bayonetta? Danke schön. Ein Schritt vorher? Wow, ich bin nicht mehr hydrated. Cool. Ja, inzwischen ist es doch anstrengend, hier durchzulaufen. Ähm. Ähm... Ah, da ist es. Ein Boynet hat einen leichten Anzeigefehler. Hier gibt's nicht mal einen Boden oder sowas, nehme ich mal an. Glaube ich auch nicht. Wie viele von den Dosen hast du noch weg? Bis es mir gut geht. Achso. Ich loote mal die Autos hier. Ist da nix drin spawnt. Ekelhaft. Hm, gut. Ist der wenigstens pristine? Nee, auch belly damaged. Ihr habt's ne Pipsy übersehen... Wie habt's übersehen? Ja, ich nehm nicht alles mit. Achso. Dann muss man jetzt sagen, dass du über Bier stehen lässt. Beim Bier geht's immer. Runter damit, Junge. Runter damit. Keine Widerrede. Hm. Da war die Säge. Okay. Ne Sonnenbrille. Jetzt hab ich auch ne Sonnenbrille. Cool. Schaut's aus mal weiter oder wollen wir den Ort noch ein bisschen besichtigen? Äh, viel mehr gibt's nicht mehr zu besichtigen, ne? Hm, glaub nicht. Vielleicht ist ja auch hinter am Bahnhof noch so ein topgeheimer Superspot. Ja, unbedingt. Ich glaub, diesmal bleiben wir auf der Straße, oder? Wenn man sich wieder verlaufen... Ja, irgendwann muss man ja mal irgendwie zu irgendwas hinkommen. Ja. Ja. Meilenweit nichts. Also diese kleinen Stromleitungen hier, die könnten zu nem Dorf führen, oder so. Aber selbst die Leitungen sind schon gelootet worden. Kein Draht mehr dran. Diese Assgeier. Ekelhaft. Da vorne ist ne Kirche, da vorne ist ne Kirche. Lass mich raten, wir kommen jetzt Dings da irgendwo bei Wiebo raus, oder? Das werden wir gleich sehen. Einmal rund um die ganze Mappe gelaufen. Da hinten ist ein Baukran. Moment mal. Seht ihr den? Rechts? Schau mal durchs Visier. Visier hab ich gesagt. Welches rechts meinst du? Da wo ich jetzt hingucke. Die Richtung. Bestätigt. Baustellengebäude voraus. Tja. Jetzt stehen wir hier. Gehen wir erstmal in das Dorf, oder? Ja. Da was Lootbarem suchen. Wo verdammt sind wir hingelaufen? Hier war ich noch nie. Sind wir auf nem Server mit ner ganz neuen Karte, wo alles neu ist. Ja, irgendwie ne? Ich glaub hier draußen finden wir keine anderen Spieler. Wenn wir Action wollen, müssen wir nach Elektro oder so. Ortsschild, bitte hab ein Ortsschild. Ja, es hat ein Ortsschild. Ja, es hat ein Ortsschild. Ja, es hat ein Ortsschild. Wo kein Mensch je zuvor war. Unentdeckte Weiten. Wir schreiben das Jahr gestern. In Cerneros ist eine sehr mysteriöse Seuche ausgebrochen. Kneipe. Kneipe. Zombie kommt mit. Eine Hose. Axt. Ich möchte jetzt auch mal einen plätten. Ich hab in diesen App hier noch keinen geplättet. Hallo? Würden Sie bitte mit mir sprechen, Herr Zombie? Are you friendly? Krass, Mann. Boah, was ist denn das für eine Frucht? Eine Orange. Ich wusste nicht, dass sie so groß werden können. Dracula. Welche Ausgabe? Pristine? Damaged. Da bleib ich bei meiner Wand. Was hab ich gesagt? Wie heißt das Dorf? Äh... Lippo... Lappo... Lop... Lop... Lopatina, ne? Ja, hier geht nicht auf. Oh, zur Hölle soll das sein? Oh. Das werden wir niemals erfahren. Denn diese Folge wird niemals enden. Ich hab keine Ahnung, wo das sein soll. Alter Schwede. Würde sagen, wir machen mal ne Orientierung. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, oder? Wann immer die auch sein mag. Weil hier können wir's gar auf der Straße ausloggen. Weil hier kommt ja nie einer vorbei. Ja. Ich geh trotzdem hinters Haus. Sicher ist sicher. Und das Rote? Oder ins Rote. Okay. Noch schnell reingucken, ob da was drin ist. Also oben... Machen wir halt ein paar Sekunden Überlänge und gutes... Oben ausloggen. Kommt immer gut. Ein Buch. Mittelmarch. Ich nehm jetzt meine Waffe schon sauber in die Hand. Was auch nix bringt. Ich sag dir in die Hand nehmen. Lege mich hin. Und sage... Vielen Dank fürs Zugucken. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Joe. Tschüss. Tschüss. Tschau.